Danke, Rahel. Mein nächster Gast spricht selber nicht nur im breitesten Innerroder Akzent. Er sorgt gerade auch noch dafür, dass der Dialekt nicht ausstirbt und wird für das mit dem Innerroder Kulturpreis geirrt. Herzlich willkommen, Joe Manser. Sie setzen sich ein für den Dialekt, sie setzen sich ein auch für die Volksmusik und dann heissen sie Joe mit Vornamen. Das müssen Sie mal erklären. Manser ist wellenweg das grösste Geschlecht in Abenzoll-Innenroden. 829 eintragende Familien gibt es. Und Josef gibt es einfach auch viel. Und der Zufall wollte im Jahr 1974, als ich Schule gab, als im gleichen Stock, Tür an Tür, zwei Josef Manser unterrichtet haben. Natürlich niemand ist mehr daraus gekommen. Die Behörden nichts, die Schüler nichts, die Eltern nichts. Und dann mussten wir eine Lösung finden. Und wir hatten das Gefühl, ich als, ja, ein kleinerer, modernerer, wir geben uns den Hutz Namen Joe. Und der ist mir bis heute geblieben. Und es ist auch ein klars Unterscheidungsmerkmal geblieben. Und da haben Sie sich nicht eingesetzt dafür, dass Sie Josef und Joe bleiben dürfen. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass sie Abenzoll nur zweimal verloren haben. Nämlich für die Geburt im Kantonsspital St. Gallen und für das Studium auf Zürich. Das sind aber ganz böse Zungen. Ich gehe noch viel reisen. Aber feste Aufenthaltsorten stimmt schon. Ich war ja noch in Lausanne im Studium. Und habe auch noch im Kanton St. Gallen Schule gegeben, ganz kurz 1967 zu Altstetten. Aber sonst bin ich schon ein eingefleischter Innenroder. Das ist klar. Und damit ist natürlich auch meine Sprache alle die gleichgebliebenen Innenroder-Dialekte. Genau. Und das ist das richtige Stichwort. Sie haben hier Bücher mitgebracht. Da sind über 4000 Begrifflichkeiten. Die erste Auflage 2001. Jetzt ist die siebente Auflage draussen. Die sechste. Die haben nicht das Treiben. Die sechste? Ja. Gut. Wir sind immerhin viel, oder? Ja, ja. Und wie hat denn das angefangen? Wann haben Sie gedacht, dass man diese Sprache weitergeben muss? Das ist schon in dieser Zeit passiert, als ich Schulunterricht gegeben habe. Das habe ich gesehen. Innenroder-Dialekt, jeder Dialekt eigentlich, ist pflegebedürftig. Man muss dazu schauen. Sonst kommt mal eine Vermischung mit anderen Sprachen ein. Und ich habe den Schülern schon Auftrag gegeben. Sie sollen mir mithelfen mit seltenen, raren Wörtern bringen. Und mit der Zeit ist da eine grosse Sammlung zusammengekommen. Und irgendwann in den 90er Jahren hatte ich das Gefühl, ja, jetzt müsste man das mal alphabetisch ordnen und ein wenig klar zusammenstellen. Und wenn ich richtig informiert bin, die Schüler haben das nicht gratis gemacht, oder? Sie haben es schon gratis gemacht, aber ich habe ihnen einen Anreiz gegeben. Für jedes Wort, jeden Ausdruck, den sie auch mir beschafft. Und die können nicht erklären, zahle ich 20 Kronen in die Klassenkasse, in die Ausflugskasse. Und da sind doch einige Franken zusammengekommen, aber das ist schon gut. Und da haben Sie nicht bereut im Nachhinein, dass es so viel Geld kostet hat? Das ist nicht viel Geld, also dann hätte ich ein Erics-Projekt nicht durchziehen müssen. Das hat Arbeitszeit gekostet und das ist ein grosser Elan. Bis dann nachher ein Wörterbuch entstanden ist. Ein grosser was? Elan. Ah, ein Elan. Ich habe schon gedacht, das sei jetzt schon fast wieder Slang aus dem Innenroden, das ich nicht verstehe. Ja, hätte ich auch können sehen, ja. Aber es gibt Sachen, die man wirklich nicht versteht, wenn man nicht aus dem Innenrodischen kommt. Was fällt Ihnen da spontan ein? Ja, es gibt natürlich schon einige Wörter, Ausdrücke und Redewendungen, die man als Auswertungen schwer tut, wo man halt nicht gleich anheben möchte. Weisst du das für einen Typ zum Beispiel? Ein Letzgefedererter? Ja, das verstehe ich jetzt noch. Ah, gut, ja. Ja, aber ich will gerade auch darauf aufmerksam machen, das Wort «letz» ist der Wort, das eigentlich noch mehr viel gebraucht wird, auch in anderen Dialekten. Man kennt vielleicht noch den Ausdruck «Oha, Letz». Ja. Und ich denke gar nicht, was steckt da der Hörner? Und wir brauchen hier noch. Ja, das ist jetzt schon noch «letz» ein Rassander. Und am Letzesten ist ein «Stay» passiert. Wir haben sogar die Steigerungsformen, die wir in unserem Dialekt noch brauchen. Und wie sagt man das? Am Letzesten? Am Letzesten? Am Letzesten hat sie in der Rauhöhne gehagelt, alles zusammengeschlagen, der er wegen der Etaipen gebraucht. Und das Wort «letz», da werden auch eingesetzte Redewender drin, wir sagen zum Beispiel zwischen «letz» und «foul», also zwischen «falsch» und «foul», «bequem», oder eben «letzgefederet», wo es dann sogar einen Namen daraus gegeben hat. Das ist so ein Ausdruck, wo es natürlich Hunderte drin hat, wo man gar nicht weit nach Sinnerwahls damit verbunden ist. Und dann gibt es noch die schöne Redewendung. Jetzt haben wir, glaube ich, doch nicht den letzten Finger verbunden. Und das heisst? Ich war auf dem rechten Weg. Ah ja? Ja, ich habe den richtigen Entscheid getroffen. Was mir auch so beim Durchblättern aufgefallen ist, das Wort «vödel» gibt es ja. Und das hat zwei Bedeutungen. Das heisst einerseits ein dummer Keib und andererseits eine aufgestellte Frau. Hat der Dialekt nicht gewisse Risiken, dass man etwas falsch verstehen könnte? Ja, das Risiko ist natürlich, weil gerade mit diesen vielen Schimpfwörtern und die Hose namens selbst sind ein wenig weniger rum. Schimpfwörter sind wir ganz stark im Inner- oder Dialekt. Und wir brauchen das Wort sogar noch in einer dritten Bedeutung, dass wir von neben dem sagen, ja, der hätte wieder einmal gar keine Fülle. Keinen Elan. Und die Mute. Ja, ja, jetzt kommt David vorne. Okay, da sind wir wieder beim Elan und beim Mut. Also, vielfaches. Genau. Entschuldigung. Sie haben das Buch ja Ihren Kindern gewidmet, dass Sie es dann auch Ihren Kindern weitergeben können und so weiter. Also wirklich sichergestellt, dass der Dialekt nicht ausstirbt. Sie haben aber auch selber etwas von Ihrem Vater mit auf den Weg bekommen. Das ist die Liebe und die Leidenschaft für die Musik. Wie hat das angefangen? Mein Vater hat ein Leben lang geforscht im Bereich Appenzolle, Innenrode, Volksmusik, Streichmusik, Blasmusik, Gesang und hat auch ein Standartwerk rausgegeben und hat einen grossen musikalischen Nachloss hören lassen. Und den habe ich nach seinem Tod ein paar Jahre nachher dann einmal übernommen gesichtet und ein wenig katalogisiert und gesehen, was da für Schätze da drin sind. Und da ist der richtige Aufschrei gewesen. Mach nicht neben dem System. Lass da nichts oder so liegen. Und ich bin dann den Hunden gegangen, habe gesehen, was man alles tun könnte. Und mehrere Projekte, die er angefangen hat oder noch nicht angefangen hatte, aber die so Projekte geführt haben, konnte ich dann weiterführen. Unter anderem eins wäre das Buch, das vorne liegt, Mit was Freuden soll man singen, ein Liederbuch von Maria Josefa Barbara Broggerin aus dem Jahr 1730. Sieht aus, wir wollen da allgemein das Liederbuch wählen, aber hat natürlich einen Stachen Innenrodenbezug drin. Da drin ist die älteste Aufzeichnung vom Innenroden Kuhreihen eingetragen. In Text und mit Noten. Den Älteren gibt es nichts als 1730. Aber es ist wahrscheinlich schon noch ein grösserer Weg gewesen zum Rothaus Gunten, oder? Ein Zentrum für appenzellische Volksmusik, wo Sie auch lange Geschäftsführer gewesen sind. Ich habe einfach gesehen, all das Material, das ich zur Verfügung habe, das kann ich nicht allein bearbeiten. Und das muss man öffentlich machen, da müssen andere Leute dahinter können. Und ich habe mitgeholfen für die Institution Rothaus Gunten, das Zentrum für appenzellische Volksmusik, dort das Mal noch aufgebaut. Und es war mir allenweilen ein grosses Anliegen gesehen. Der Nachlass, den ich eingebracht habe, der soll nicht gleich in den Archivraum runtergehen, die Tür zu. Und dann tut niemand mehr neben dir dran, sondern er soll mit dem arbeiten. Und es ist auch geschafft worden. Es ist auch verstaubt, oder? Es war ein bisschen grosse Angst, dass das nicht passiert. In meiner Zeit als Geschäftsführer vom Rothaus Gunten sind tatsächlich zwölf Publikationen erfolgt. Der Grossteil aus dem riesigen Fundus aus dem Nachlass von meinem Vater. Genau. Und jetzt sind das die zwei Säulen, die Ihnen eigentlich den Innenroden Kulturpreis verschafft hat. Der Dialekt einerseits und das appenzellische Volksmusikzentrum, ich sage es jetzt mal so. Andererseits, was bedeutet Ihnen nach all diesen Jahren von Arbeit so einen Preis? Zuerst einmal eine riesige Freude, dass mir der Preis zugesprochen worden ist. Die Anerkennung für diese Ebene, dass man zu unserem Kulturgut, zu einer kleinen Kulturgut geht, aber bedeutend davon ab und zu einer kleinen Rode schaut. Sei es die Sprache, sei es die Musik, Volksmusik. Und dass das jetzt geirrt wird, das freut mich ausserordentlich. Und es ist ja auch, oder? Sie sagen, die schönste Volksmusik der Schweiz. Ihre Meinung nach, warum? Die Streichmusik in der Originalbesetzung, ohne Handorgeln noch. Also, neben das Schönes kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie man damit sonst Volksmusik machen könnte. Mit den Handorgeln ist es sicher auch schön und die ist ja heute fast überall dabei. Es ist eine Neuerung geworden und Volksmusik hat sich natürlich auch verändert. Was einmal dort gewesen ist, vor 150, vor 130 Jahren, da ist heute in eine ganz neue Richtung hineingegangen. Und auch das ist die Aufgabe vom Rothaus, auch die neue Richtung von der Arpenzelle Volksmusik zu betreuen. Und im März, wenn Sie den Preis nicht bekommen, musizieren Sie dann auch noch einmal? Oder ist das nicht angedeckt? Ich habe gar nicht im Sinn, nein. Es ist eine Arbeit, wo ich andere musizieren lasse. Wo Sie aber immerhin für die Musik sorgen, oder so? Ja, sehr fantastisch. Wir gratulieren Ihnen noch einmal ganz herzlich und bedanken uns auch herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Joe Manso. Danke vielmals, einen Asianteur gekommen.